stark gefragt wir haben die antworten auf ihre fragen rund um stilvolles wohnen heute was kann eine markise für ihr gewerbe tun sommer sonne und jetzt zur eistiele ja klar aber ich genieße mein eis lieber im schatten und dafür sorgt eine markise im außenbereich ich bin heute mal bei teppich stark und schau mir mal an welche vorteile eine markise für gewerblich genutzte räume hat wenn die sonne brennt dann macht eine markise ihre außengastronomie definitiv attraktiver für ihre gäste denn wer möchte beim essen schon mit zugekniffenen augen sitzen oder eine sonnenbrille aufhaben oder sogar den blickkontakt mit dem gegenüber meiden mit einer elektrischen steuerung mit einem regensensor und mit einem windwächter machen sie ihren außenbereich ganz unkompliziert zur schatten oase schützen sie ihre produkte vor aggressiver sonnenstrahlung egal ob waren tisch vor dem laden oder produkte im schaufenster direkte sonneneinstrahlung kann zum vergilben ausbleichen und zum verderben von waren führen mit einer markise schützen sie ihre produkte haben weniger abschreibungen und sorgen für die optimale präsentation ihres sortiments das fällt garantiert auf ihre markise mit ihrem logo die profis von teppich stark fertigen ihre individuelle logo markise an und übernehmen auch direkt die professionelle montage bei teppich stark gibt ihre neue markise in unzähligen farben und in ganz ganz vielen varianten so dass auch sie ihre persönliche markise für ihr business finden die laufkundschaft anzieht und die richtig gut aussieht eine markise bietet einen echten mehrwert für ihr gewerbe ob außen gastronomie oder ladengeschäft die profis von teppich stark fertigen ihre markise individuell an auch mit logo ein kostenloses aufmaß mit beratung vor ort und auf wunsch auch eine professionelle montage machen teppich stark zum starken partner firma kiesen in hamburg machen sie jetzt gleich einen beratungstermin unter teppich minus stark punkt.de